Selbstgemacht ist doch immer noch am besten. Wir zeigen dir jetzt fünf Outdoor-Gerichte, die du dir ganz einfach zu Hause selbst zusammenstellen kannst, damit du diese hier nicht mehr brauchst. Hey lass das, die waren teuer. Und außerdem sparst du dabei auch noch Geld. Und damit willkommen bei BDVenture. Wir sind es wieder Basti und Diana. Ja nicht nur, dass die Sachen einerseits wirklich günstiger sind, sondern andererseits kann man sie nach deinen eigenen Vorlieben zusammenstellen. Wie nachdem, was einem besser gefällt, kann man davon mehr reinmachen, davon weniger reinmachen. Wir zeigen euch jetzt unsere Top 5 Outdoor-Nahrung, die sich für uns als unsere Lieblingsessen für draußen herausgestellt haben, die uns am besten gefallen. Außerdem zeigen wir euch später noch, was es damit auf sich hat. Wenn du das nicht verpassen möchtest und weitere Videos von uns auch nicht, dann abonniere am besten jetzt schon mal den Kanal und aktiviere die Glocke. Danke für deine Unterstützung. Willkommen zu Hause bei Basti und Diana. Bevor wir jetzt aber mit dem ersten Rezept anfangen, zeige ich euch einmal, wie wir das Ganze verpacken. Wir haben die ganze Zeit nämlich so eine Sipperbeutel benutzt, eingefüllt, eingerollt, eingepackt. Allerdings haben wir uns jetzt aber entschieden, das Ganze zu vakuumieren. Dafür haben wir hier diese Vakuumfolie und die haben wir in derselben Größe zugeschnitten wie dieses Track and Eat. Das ist 20 x 25 cm. Das Gute an diesen Folien ist, die sind hitzebeständig. Das heißt, du kannst sie kochen oder du kannst halt auch heißes Wasser hier hineinfüllen und das macht dem ganzen Material gar nichts. Und jetzt fangen wir an mit dem ersten Rezept. Rezept Nummer 1, Pilztomaten-Nudeln aller Waldspaziergang. Wir lieben Nudeln und wir lieben Pilze und genau deshalb muss das ein Rezept sein mit Nudeln und Pilzen. Als Grundlage ganz klar Nudeln und zwar diese Mie-Nudeln hier. Die braucht man nämlich gar nicht lange kochen, da kippt man heißes Wasser drauf und dann sind sie ziemlich schnell durch. Davon 80 Gramm. 83 Gramm, auch in Ordnung. Ist ja nur so ein ungefähr. Das ganze packen wir jetzt hier in unser Tütchen. Als nächstes brauchen wir drei Gramm Steinpilze. Wir haben hier so eine getrockneten. Also alles, was ihr hier heute seht, ist alles gefriergetrocknet oder getrocknet. Einfach weil es von der Haltbarkeit her am meisten Sinn macht. Wie lange das ganze haltbar ist, können wir gar nicht so genau sagen. Wir haben ja sonst immer diese Sippertüten benutzt und haben das ganze immer für circa einen Monat vorbereitet. Aber ich denke, wenn wir jetzt hier diese Vakuumbeutel benutzen und das komplett einschweißen, wird das ganze noch viel viel länger erhaltbar sein. So, was habe ich gesagt? Drei Gramm brauchen wir davon. So, das ganze schnippeln wir einmal klein. Als nächstes brauchen wir vier Gramm getrocknete Tomaten. Das ganze schnippeln wir auch einmal klein und es kommt dann auch wieder in die Tüte. Als nächstes brauchen wir Sonnenblumenkerne. Da nehme ich einmal einen Teelöffel. Ein Teelöffel sind ungefähr fünf Gramm Pi mal Daumen. Wir wollen das alles nicht zu genau nehmen. Das sind genau fünf Gramm. Ja, so, passt. Nehmen wir als nächstes Röstzwiebeln. Ungefähr sieben Gramm müssen zwei Teelöffel sein. Wo habe ich sie? Hier habe ich sie. Als nächstes brauchen wir ein bisschen getrocknetes Gemüse. Da haben wir hier auch Suppengrün, nennt sich das. Das ist auch gefriergetrocknet. Verschiedene kleine Gemüsesorten drin, was in der Suppe halt auch drin ist. Ein Teelöffel. So, einfach nur, dass das Ganze ein bisschen bunt ist hier drin. Seht ihr das? Sieht doch jetzt schon lecker aus. Dann brauchen wir als nächstes Parmesan. Wenn man einfach einen Teelöffel streut, den so ein bisschen rein und dann ist gut. Wie lange dieser Parmesan haltbar ist, wenn er nur in der Zippertüte ist, kann ich euch gar nicht sagen. Ich glaube, sowas schimmelt auch ziemlich schnell. Aber da wir das Ganze einschweißen, wird es hoffentlich halten und wir kriegen keine Bauchschmerzen. Und wenn doch, dann ist es halt so. Trocknen, Schnittlauch. Dann nehmen wir auch einfach einen Teelöffel rein damit. Perfekt. Und damit das Ganze so ein bisschen cremig ist, benutzen wir eine Rahmsoße. Wir haben das Ganze auch schon mit einer Pilzsoße gemacht, aber das hat so künstlich geschmeckt, dass wir uns dann doch für eine Rahmsoße entschieden haben. Wir haben das Ganze auch schon hin und her ausprobiert. Dann nehmen wir einfach eine Packung, kippen die so ein bisschen rein. So, 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 so. Ja, vom Löffelstiel nehme ich immer die Spitze. Dann machen wir dann noch hier so ein bisschen Pfeffer. Eine Spitze. Dann noch eine Spitze Knoblauch. Komm, wir nehmen zwei Spitzen Knoblauch. Knoblauch geht immer. Und dann ist das Ganze schon fertig. Zum Abschluss wird das Ganze dann vakuumiert und verschweißt und das Ganze ist dann super lange halbbar. Und wenn wir dann draußen unterwegs sind, dann können wir das Ganze einmal aufreißen. Dafür machen wir hier später noch so eine Einrisshilfe, Aufreißhilfe. Und draußen dann 300 bis 400 Milliliter kochendes Wasser dazu. Dann hat man sein Pilztomaten-Nudeln-Aller-Walz-Spaziergang-Gericht und kann es dann einfach nur draußen genießen. Kommen wir zu Rezept Nummer zwei und das ist der Rucksack-Rösterpüree. Warum wir so einen komischen Namen gewählt haben? Einfach, weil es ja nicht langweilig sein soll. Genau, und dafür benutzen wir Kartoffelpüree. Wer hätte es gedacht? Wir benutzen nur 50 Gramm. Allerdings, ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, man kann das Ganze seinen eigenen Bedürfnissen anpassen. Wir nehmen nur 50 Gramm einfach, weil Kartoffelpüree ist halt schon echt schwer im Magen und wir wollen halt nichts wegschmeißen. Ja, knapp 100 Gramm sind, glaube ich, schon so in so einer Packung drin. So. Heute bin ich gut im Abwiegen. Nehmen wir heute mal alles sehr genau. Obwohl das eigentlich total egal ist, ne? So. Als nächstes brauchen wir Röstzwiebeln. So, 20 Gramm, 22 Gramm, 23 Gramm, alles super. Darf auch ein bisschen mehr sein sein. Darf auch gerne ein bisschen mehr sein. Das knuspert ja auch, ne? Guck mal. Mmh. Jetzt hat Schale erwischt. Hier ist wirklich Schale drin. Ich werde schon probieren und da ist einfach Schale drin, oder was? Das, so soll es sein. Die Chips. Mmh. Super lecker. Allerdings benutzen wir bei fast allen Rezepten kein Salz, weil wir Brühwürfel benutzen und diese Fertigsoßen, die sind meistens so übersalzen. So, hier benutzen wir jetzt nur einen halben Brühwürfel. Der kommt dann einfach so mit rein. Ein bisschen Schnittlauch, einfach damit es ein bisschen grün ist. Drei Teelöffel, eins, zwei und drei. Dann benutzen wir wieder die Löffelspitze. Da benutzen wir eine Spitze Muskat. Von Muskat nicht zu viel nehmen, dann schmeckt das Ganze nicht mehr. Ja, genau, Muskat, da muss man sowieso mal ein bisschen vorsichtig sein. So eine ganze Nuss kann, glaube ich, eigentlich schon töten, ne? Ich glaube, drei Nüsse in Erwachsenen, zwei in Kind. Das ist schon krass, warum steht das eigentlich nie auf diesem Gewürz drauf? Naja. Ach ja, genau, was ich noch erwähnen wollte. Nicht in jedem Kartoffelpüree müsst ihr übrigens darauf achten. Wir benutzen den, ist das jetzt Werbung, wenn ich das sage, wir benutzen den von Fanny. Da ist schon Vollmilchpulver drin. Wenn ihr in anderen benutzt und da ist kein Vollmilchpulver drin, dann müsst ihr noch Vollmilchpulver hinzufügen. Am besten kauft ihr einfach den Kartoffelpüree, der schon fertig ist, wo man nur Wasser hinzufügen muss, keine Milch. Super einfaches Rezept, aber super lecker. Unser Rucksack Rösterpüree braucht dann unterwegs nur noch 300 Milliliter kochendes Wasser. Ihr wartet ein paar Minuten und dann könnt ihr genüsslich schlemmen. Kommen wir zum nächsten Rezept und das ist das Tomatenabenteuer im Couscous Camp. Dafür brauchen wir ganz klar wieder unsere Grundlage und das ist Couscous. Von Couscous nehmen wir wieder 80 Gramm. Ich glaube, bei fast allen Grundlagen haben wir 80 Gramm, außer beim Kartoffelpüree, da haben wir ein bisschen weniger. So, nehmen wir hier die nächste vorbereitete Tüte. Alter, ich habe so den Röstzwiebeln, das eine Stück noch eingeatmet, weil ich im Mund hatte. So, haben wir den Couscous. Als nächstes kommen wir zu den Sonnenblumenkernen, da nehmen wir einfach zwei Teelöffel. Ich habe so gesagt 10 bis 15 Gramm, sind das überhaupt zwei Teelöffel? Mal gucken. Dann nehmen wir halt drei. Kann ruhig ein bisschen mehr davon rein, das ist super. Aber, ich liebe Sonnenblumenkernen, wenn ich hier jetzt gleich einmal durch bin, bin ich satt. Und wisst ihr was? Das ganze Rezept ist einfach so ein bisschen italienisch angehaucht, dass euer Abenteuer einfach so ein bisschen italienischen Flair bekommt. Jeder Italiener würde jetzt wahrscheinlich mir den Kopf umdrehen, wenn er sehen würde, was für ein Parmesan ich benutze. Aber geht schon so. Davon kann es auch ruhig ein bisschen mehr sein. Dann ein bis zwei Teelöffel, die haue ich hier mit rein. So, als nächstes Tomatenpulver, Tomatensuppenpulver. Wir haben hier diese Tomatencremesuppe von Maki, davon benutzen wir die Hälfte. Die andere Hälfte benutzen wir dann später noch für ein anderes Rezept, seht ihr dann gleich. Da kommt einfach eine halbe Tüte rein. Und als nächstes kommen getrocknete Zwiebeln. Die sind hier auch gefriergetrocknet. Super, dann nehmen wir einen Teelöffel von. Den hauen wir mit da rein, das ist ungefähr ein Gramm. Paprikapulver, Paprikapulver, hier ist alles rot, ich glaube. Dann nehmen wir auch wieder eine Spitze von. Einen Teelöffel Oregano, das ist Basilikum, hier ist Oregano. So, eine Spitze Basilikum. Kann auch noch mit rein. Also ihr könnt das Ganze ganz nach eurem Belieben, welche Gewürze ihr mögt, welche Zutaten ihr mögt, haut ihr einfach alles mit rein. Hauptsache, es schmeckt euch so. Und ganz wichtig, das hätte ich jetzt fast vergessen, da kommen auch noch getrocknete Tomaten. Genau, durch den Couscous und die Tomaten und die Zwiebeln. Wir wollen ja auch ein bisschen was kauen. Zwei, drei, ja. Hier machen wir den kleinen noch mit dazu. Das Ganze wird wieder klein geschnippelt, weil die sollen ja auch ein bisschen weich werden. Die sind so nämlich getrocknet, ziemlich hart. Wenn wir das Ganze klein schneiden, dann wird das auch ein bisschen weicher. Was war mein Finger? Ich bin keine Köchin, ja, wollte ich gleich gesagt haben. Also jeder, der sich jetzt vielleicht auch ein bisschen aufregt, wie ich das Ganze hier schneide, ich bin keine Köchin. Koch für die Familie und das reicht. Hier kommen dann auch wieder 300 Milliliter kochendes Wasser dazu. Und dann könnt ihr euer Tomatenabendfeuer im Kuchus jetzt auch wieder genießen. Rezept Nummer vier, weil wir absolute Chili-Fans sind, kommt der Chili-Kick im Bulgurwald. Wir wollten das Ganze auch ein bisschen so haben, dass unsere Top 5 Rezepte ein richtig schön scharfes Rezept dabei hat. So, da fangen wir an mit Bulgur. Grundlage, ganz klar, 80 Gramm. Die hauen wir jetzt mal hier rein. Als nächstes getrocknete Tomaten. Wieder. Wie ihr seht, wir benutzen fast immer dieselben Zutaten, aber alle anders zusammen gemixt. Und schmeckt einfach alles komplett anders. Einfach auch wieder 10 Gramm. Ja, 10 Gramm. Kleinen Schnippeln und rein da. Heute ist Basti mal ein bisschen mehr hinter der Kamera. Kommentierst einfach alles, was ich mache. Genau. Als Soßenbasis, haben wir gesagt, benutzen wir eine helle Soße. Keine Rahmsoße, einfach eine ganz normale, diese Fertigpackung helle Soßen. Da benutzen wir auch eine ganze, die hauen wir da mit rein. Außerdem nehmen wir jetzt noch 20 Gramm Sojagranulat dazu. Trockenfleisch könnt ihr stattdessen auch nehmen, wenn ihr sowas essen solltet. Ganz klar, hier müssen Zwiebeln rein. Nehmen wir ungefähr anderthalb Löffel. Die hauen wir dann so rein. Zack. Zack. Dann noch getrocknetes Gemüse. Wo ist das? Hier. Davon kann es auch ruhig ein bisschen mehr sein. Nehmen wir einfach so zwei. Und Petersilie. Da benutzen wir auch einen ganzen Löffel. So, hier haben wir noch den halben Brühwürfel. Den machen wir auch noch mit rein. Der von vorhin übrig geblieben ist. Klar. Alles wird verwendet. Hier wieder so ein bisschen Pfefferspitze. Knoblauch. Und ganz klar Chili. Welches war jetzt das Chili? Sieht halt beides gleich aus. Das sieht wirklich gleich aus. So, war denn das andere. Das eine war Gulasch-Gewürz, was? Das andere war Chili. Was sagst du? Das Gulasch-Gewürzelt auch. Nein, das ist Chili. Die Schärfe kommt ja später, sagst du das. So, jetzt wird mir warm. Beim Chili kann es ruhig ein bisschen mehr sein. Nehmen wir zwei große Spitzen. Soll ja auch ein Chili-Gericht sein. Ja, genau. Dann ein bisschen Paprika-Gewürzel. Stimmt, den haben wir hier auch noch. Und dann kriegt das Ganze auch ein bisschen Farbe. Man sieht nicht so langweilig aus. Hier kommt 400 ml Wasser dazu. Und dann habt ihr euer Chili-Kick im Bulgurwald. Übrigens, diese Rezepte sind nicht nur für Wanderung oder Tracking oder generell irgendwelche Reisen super praktisch, sondern diese Rezepte könnt ihr euch auch ganz einfach für eure Arbeit vorbereiten. Ihr arbeitet im Büro, habt nur einen Wasserkocher zur Verfügung, macht ihr euch die fertig. Könnt ihr bei euch irgendwann in der Schublade lagern. Super. Habt ihr euer Mittagessen? Ja. Ich komme auf Ideen. Du kommst auf Ideen. So. Rezepte Nummer 5 ist auch eines unserer absoluten Lieblingsrezepte. Und das ist die Wok-Nudel auf Veggie-Mission. Kommen wir auch gleich zur Grundlage. Und das sind diese Wok-Express-Nudeln. Warum denn ausgerechnet die dir? Ja klar, man könnte jetzt auch einfach diese Mie-Nudeln nehmen, aber man möchte auch nicht immer dieselben Nudeln essen. Und deshalb haben wir uns für diese Wok-Nudeln entschieden. Die brauchen auch nur einfach im heißen Wasser quellen und sind dann durch. Die brauchst du nicht kochen oder so. Super. Davon wieder 80 Gramm. 80 Gramm sieht so viel aus, ne? Eine kurze Mahlzeit ist das, ne? Genau, alle Rezepte, die wir hier machen, ist für eine Person. Basti und ich müssen quasi das Ganze in doppelter Ausführung machen. So, haben wir die Wok-Nudeln als Basis. Dazu kommt dann Veggie-Hack. Warum Veggie-Hack? Soja-Hack, um genau zu sein. Das Ganze ist getrocknet, super haltbar und einfach super lecker. Und eine Proteinquelle. Ganz wichtig. 40 Gramm. Und ja. Sonnenblumen-Hack gibt es ja auch getrocknet. Das kann man natürlich auch nehmen. So. Kommt hier rein, ins Tütchen. Dann brauchen wir Tomatensuppenpulver. Hier, die angefangene Packung, die wir von vorhin hatten. Da haben wir ja die Hälfte benutzt und hier benutzen wir dann die andere Hälfte. Die kommt hier mit rein. So, wie bei fast jedem Rezept auch getrocknete Tomaten. Getrocknete Tomaten passen einfach immer. Mal gucken, wie viel hier jetzt noch übrig ist. Kannst du die Tüte leer machen? Ja, kann jetzt die Tüte leer. Ja, mein Gott. Passt. So, klein schnippeln und auch wieder rein damit. Als nächstes brauchen wir wieder die getrockneten Zwiebeln. Dann nehmen wir auch wieder einen Teelöffel. Dann brauchen wir Parmesan. Ganz klar. Da können wir ruhig ein bisschen mehr nehmen. Ein oder zwei Teelöffel. Ihr könnt auch drei Teelöffel nehmen. Viel hilft viel. Viel hilft viel. Na klar. Also gerade bei Essen. So, dann brauchen wir Petersilie und Schnittlauch. Davon nehmen wir auch jeweils einen Teelöffel. Ein. Noch ein. Ganz klar Knoblauch. Knobli kann eigentlich überall mit rein. So. Und jetzt kommen wir zum Gulaschgewürz. Was war jetzt Gulasch? Was war Chili? Ich habe es eben noch probiert. Und das hier war Gulasch, ne? Ja. Davon nehmen wir auch eine gute Spitze. So. Gulaschgewürz. Ey, Gulaschgewürz macht so viel aus. Ja, gerade was so Nudeln und so angeht. Wenn da ein Gulaschgewürz mit drin ist. Lecker. So, und weil wir gesagt haben, alle Rezepte sind ohne Salz, brauchen wir ein ganz klein wenig Brühe. Davon schneide ich hier einfach noch so eine Spitze ab. Da ist ja schon genug Salz drin, ne? Ja. Ist ja alles irgendwie so ein bisschen salzig hier. So, das packen wir dann noch mit rein. Einfach nur ein ganz bisschen Brühe. Auch für Fett und so, ne? Also, ja, weil sonst müsste man vielleicht beim Kochen oder so noch Öl mit hinzufügen. Aber da muss man Öl mitschleppen. Meistens in so ein Fläschchen. Das kann dann auch vielleicht noch auslaufen. Also, wenn Öl ausläuft, ist das ein Riesentheater. Deine ganzen Sachen sind voll und, und, und. Und hier sind überall so kleine Fettsachen, ne? Hier so die Röstzwiebeln, Sonnenblumenkerne. Auch Fett für deinen Körper. Jetzt nicht nur zum Kochen oder so, ne? Du brauchst Fette. Fette sind nicht immer nur schlecht. So, als nächstes Pfeffer. Habe ich jetzt schon Pfeffer hinzugefügt, Basti? Nein? Ne, kleines bisschen Pfeffer kannst du nicht. Kleines bisschen Pfeffer und das war's. Hier kommen dann 400 Milliliter Wasser dazu. Und dann hast du deine Woknudel auf Veggie-Mission. Oh yes. Oh yes. Und weil wir euch noch mal zeigen wollten, wie wir die Sachen einschweißen, beziehungsweise vakuumieren, nehmen wir jetzt hier die Woknudel auf Veggie-Mission und schweißen sie mit euch noch mal schnell gemeinsam ein. Dafür haben wir hier so ein Vakuumgerät. Caso Design VRH 490 Advanced. Wir haben gute Erfahrungen mit dem Gerät gemacht. Hat auch relativ gute Bewertungen im Internet. Genau. Fügen das Teil hier so ein, dass es hier so drinnen sitzt. Dann machen wir den mal zu. Zack. Wir machen das so, dass wir die Lebensmittel darin so ein bisschen verteilen. Damit es so wenig Platz wie möglich einnimmt, machen wir das alles so ein bisschen flach. Und dann gibt es den Knopf, Vakuum und Schweißen. Brücken wir drauf. Und dann ist das Ganze so schön klein wunderbar verpackt. Da wir ja noch gesagt haben, dass wir euch erzählen, was es mit diesen Dingern auf sich hat. Und zwar nennen wir das im englischsprachigen Normen Cozy Bag. Wir nennen es aber einfach nur eine Adventure Thermo Tasche. Ihr kennt ja diese Track & E-Git oder ihr kennt Adventure Food. Das passt hier super rein. Deshalb haben wir das auch in genau derselben Größe gemacht. Wenn man nämlich bei 0 Grad unterwegs ist, dann merkt man ganz schnell, dass Essen, was du dir in diesen Dingern vorbereitet hast, super schnell wieder kalt ist. Du musst 5 Minuten warten und dann sind 5 Minuten, dass es einfach schon wieder kalt ist. Und deshalb haben wir diese Taschen hier gebaut. Dass wir, wenn wir es da reinpacken, einfach heißes Essen haben. Wenn ihr wissen wollt, wie wir die Dinger gebaut haben, dann schreibt das einmal in die Kommentare. Wir machen ein ganz schnelles Video dazu. Und dann könnt ihr diese Tasche ganz einfach nachfragen. Das waren unsere Top 5 der Outdoor-Tracking-Nahrung. Wir wünschen euch viel Spaß beim Vorbereiten und wünschen euch schon mal guten Appetit an dieser Stelle. Wir sehen uns ein bisschen wieder, Freunde. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. 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 Untertitelung. BR 2018